Ganz viel trinken, das sollst du nicht, du darfst nur wenig trinken. Du bist immer an der Grenze, du hast ja nicht verglichen. Ich bin in dem Fall normal. Das ist so ein schönes Bier. Ja, eben. Darf ich das mal anlegen? Ich kann das so ansetzen und stürzen. Das kann man sehen. Das ist so geil. Das ist direkt zu Hause mit Mineralwasser. Das ist ein Bettwäsche. Bravo. Kaltwitz. Ja, Moment. Danke, Brotner. Danke, Brotner. Nice Bier. Aber jetzt zum Schaffen. Das ist nur 60 Gramm. Das hat vielleicht schon ein bisschen mehr Kalzir. Ah, das ist die Orangen-Schein? Du bist der, der Orangen-Schein hat. Ich habe nur noch aufgeheissen. 60% ihres Kalzirn. Tatofeil. Aber eben was? Tatofeil. Ja, ja, ich kann es.